Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Nicht wundern, ich bin jetzt schon mal zu den Fröschen gelaufen, denn wir haben ja wieder einige neue Songs gelernt, sag ich mal. Die würde ich gerne mal den Fröschen mal vorspielen und hoffe, dass wir da vielleicht ein paar Items abstauben können. Ich weiß aber nicht, ob da vielleicht auch nur Geld bei rumkommt. I don't know. Wir haben denen sogar noch gar keinen Song vorgespielt, den Fröschen. Sehe ich gerade. Und die lieben ja den Song hier. Das heißt, vielleicht kriegt man hier schon ein schönes Kern-Item. Bin ich mal gespannt. Ja. Das nenne ich Kern-Item. Normalerweise ist das ja ein Herze, glaube ich. Aber die werden auch gar nicht groß. Hä? Warum werden die nicht groß? Achso, die werden ja nur bei den anderen Songs groß. Stimmt ja, hab ich vergessen. Na, ich glaube, das gibt jetzt nur Geld, ne? Äh. Ne, wann war das mal falsch? So rum. Du, du, du. Du, 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 du. Ja, ich glaube, die geben jetzt immer nur einen Fubi. Und nur der Song of Storm gibt ein Random-Item. Ja. Gut, äh, Geldsorgen habe ich jetzt halt noch nicht. Ich bräuchte halt den letzten Song. Das ist jetzt eher so das, was mich stört, sag ich mal. Oder kann ich irgendwas mit dem Hookshot machen, was ich vorher nicht machen konnte noch? Ich bin gerade am überlegen, aber ich glaube nicht. Den erbsten Typen haben wir auch schon. Ausgemerzt. Ba, 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 ba. Da sollte ich nicht rein. Da erinnere ich mich noch dran. Da kam ich nicht mehr weg. Allerdings habe ich die Maske, ne? Äh, ihr wisst schon. Die Maske des Chefs hier. Das heißt, theoretisch könnte ich doch... Oder? Äh. Ich meine, theoretisch. Ich kann es mal versuchen. Wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Ansonsten lasse ich die Zeit einfach ablaufen. Weil wir kommen ja jetzt, äh, bei dem Haus raus. Richtig? Genau, hier kommen wir nämlich raus. Das ist... Okay, hier ist auch Boris. Ah, das war auch so ganz dumm, ne? Wie war das? Achso, wenn man den anvisiert hat... Ja, okay, ich erinnere mich. Wenn man den anvisiert hat, dann ist er auf einen zugelaufen. Genau, das war auch so ganz komisch. Okay, lassen wir mal irgendwie graben. Achso. Boris darf nur alleine fahren, natürlich. Hä? Sag mal, was ist denn mit der Kamera los? Hallo, Kamera? Der fällt gleich runter, ne? Natürlich fällt er gleich runter. Junge, ist das nervig. Na, egal. Die Zeit resettet sich gleich. Ich werde mal andersweitig gucken. Also, hier kann man auf jeden Fall noch was machen. Ich komme hier gar nicht mehr hoch, oder wie? Cool. Ich komme hier gar nicht mehr hoch. Yay, na dann resettet man doch mal. Hä? Vielleicht schaffen wir das ja noch. Und hier ist dann jetzt das Item drinne. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Weil Boris zu langsam fährt. Okay, wir fangen hier einfach wieder an Tag 1 an. Auch sehr interessant. Aber Boris ist halt jetzt nicht da. Der scheint nur am letzten Tag hier zu sein. Okay. Die Sache ist nur, wenn ich jetzt hier rausgehe. Sind wir ja bei Boris im Bett. Und dann sind wir wieder gefangen. Oh. Hi. So, warte mal. Ich kann ja jetzt hier die Maske aufsetzen. Und er hat jetzt Schiss, ne? Ja. Er haut jetzt ab. Und hier kann man doch einen Song spielen. Stimmt. Stimmt. Ich kann ja den Song spielen. Der müsste ja auch gehen, oder? Rechts runter A. Runter rechts hoch. Ach, ich kann ja keinen Song spielen. Ich bin so doof. Ach man. Also ja, ich kann ja doch den Song spielen. Der hat ja auch das Zeichen. Aber nee, geht ja gar nicht. Ja, hier müsste ich jetzt warten, bis Nacht ist. Ja Leute, ich bin jetzt auf dem Friedhof von Icana immer noch. Und hab mal gewartet. Es ist gleich soweit. Die erste Nacht bricht an. Und dann müsste hier theoretisch ein paar von den Jungs um ein Grab rum sitzen. Von diesen Skeletten. Und die müssten dann in der Lage sein. Okay, die sitzen nicht rum, aber die laufen drum. Die müssten in der Lage sein, das Ding zu öffnen. Und in der zweiten Nacht sind sie dann einen anderen Grab. In der dritten Nacht wieder einen anderen. Und in der dritten Nacht ist außerdem auch Boris in einem Grab. Das hatten wir jetzt alles schon mitbekommen. So, ist übrigens eine neue Aufnahme. Deswegen ist das alles ein bisschen kompliziert. So, Majora's Mask. Ein Item. Okay, das ist so eine Spinnentruhe, ne? Deswegen ist das ein Skull-Tool-Item. I got it. Ja, ist halt mega nervig, dass jetzt... Ja, hier quasi nichts krasses drinne war. Und ich jetzt wieder warten muss, bis wir beim nächsten Grab angekommen sind quasi. Ja, weil ich kann ja nichts weiter tun. In der Zeit. Zurückgehen ist auch nicht. Weil da Boris ist. Es sei denn, in der dritten Nacht kann ich wieder in die Hütte reingehen. Aber ich glaube, Boris versteckt sich jetzt halt, ne? Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Ist nur abgeschlossen, okay. Ja, in der dritten Nacht müssen wir dann theoretisch eigentlich wieder da rein. Aber ich komme ja hier auch gar nicht mehr weg. Ich bin einfach jetzt hier in der Hoffnung, dass ich irgendwo noch ein Item bekomme. Ähm. Oder einen Weg finde, der mich dann hier wieder rausbringt. Das ist eigentlich meine Hoffnung aktuell. Ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Na gut, im schlimmsten Fall muss ich halt speichern und das Spiel neu starten. Dann komme ich vielleicht wieder am Start raus. Okay, Leute. Wir werden auf jeden Fall jetzt warten bis zur, ähm. Bis zur zweiten Nacht. Dann müssten die ja um das Grab hier rumlungern. Und ich hoffe mal, dass da ein bisschen was Besseres drin ist. Dann bis, äh, gleich. Gut, Leute. Da sind wir auch schon in der zweiten Nacht angekommen. Und ich würde sagen, wir reden gleich mal mit dem nächsten Haufen hier. Hallihallo. Wir möchten gerne ins Grab rein. So. Ich hoffe einfach mal, hier ist jetzt was Besseres drin, ne? Bitte, bitte. Also wir können auf jeden Fall schon mal sagen, erstes Grab ist abgeschlossen. Da müssen wir nicht noch mal rein. Zweites Grab. Schauen wir mal. Was sich darin verbirgt. Und, äh, ja. Es wird dann auch lustig, einfach wieder hier rauszukommen. Ach, Dickenkerl. Okay. Hier. Kann was Gutes sein. Das ist es nicht. So. Du aber. Ein roter Rubin für... Ey, das ist ja... Das ist ja grausig. Ist ja nix. Das war ja schlechter als schlechter. Hat mir das andere besser gefallen. Ihr hattet auch gesagt... Ich könnte mich jetzt hier wegteleportieren, ne? Was könnte ich machen? Über Ocarina of Time könnte ich mich jetzt hier wegteleportieren. Das könnten wir easy tun. Theoretisch. Aber... Oder? I don't know. Aber es ist zumindest erstmal eine Möglichkeit, hier wieder rauszukommen, ja. Ich will aber auch das dritte Grab noch öffnen. Und dann würde ich gerne das mit Boris noch beenden. Damit ich das alles abgehakt habe und dann nicht nochmal rein muss, erst mal. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Deswegen, wir warten mal noch auf den dritten Tag. Und wir wissen jetzt notfalls, können wir uns dann hier rüber wieder raus teleportieren. Und... Ihr hattet auch schon gesagt... Ich soll mal probieren mit der Ocarina das, ähm... Ja. Unser Lied zu spielen vor den Toren des Zeitschreins. Also Song of Time quasi. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, weil ich denke halt, ich brauche die drei Steine. Oder... Und oder die Ocarina of Time. Weil aktuell habe ich ja nur die Feen-Ocarina. Und da könnte es sein, dass das vielleicht nichts bringt. Aber wir probieren es mal aus. Sobald wir wieder in Ocarina of Time sind. So, äh... Ich würde sagen, wir warten wieder bis Tag 3. Bis Nacht, Tag 3. Bis in die... Bis in der Nacht von Tag 3. Und dann öffnen wir das dritte Grab noch. Bis gleich. Okay, Leute. Ich bin gerade mal auf dem Rückweg. Ähm... Hab mich in Ocarina of Time zurückgeportet. So kommt man da wirklich easy wieder raus. Das finde ich gut. Und, äh... Genau. Ich... Aber... Ich hatte jetzt die Idee, dass ich einfach hier wieder reingehe. Mit Song of Storm. Und... Dann kommen wir ja wieder da raus, wo Boris dann ist. Und dann haben wir mehr Zeit, das zu machen. Und dann werde ich gleich mal das obere Grab anpeilen. Oder das obere Teil zum Graben. Würde ich gleich mal anpeilen. Ihr seht, das ist jetzt der dritte Tag. Und ich hoffe, Boris ist jetzt hier. Okay, der scheint auch nur in der dritten Nacht da zu sein. Das hat, glaube ich, doch nichts damit zu tun, dass der dritte Tag ist. Es ist die dritte Nacht. Mäh no. Okay, dann machen wir das in der dritten Nacht. Dann muss ich hier trotzdem wieder warten. Okay, bis gleich. Okay, Leute. Es ist gleich die Nacht des dritten Tages. Und ich hoffe, dann ist Boris hier. Und dann schauen wir mal, dass er hoffentlich das richtige Grab auskriegt. Der ist immer noch nicht hier. Warum ist der nicht hier? Ist der wirklich erst in den letzten fünf Minuten hier? Hat das was damit zu tun, Leute? Bin mega verwirrt gerade. Aber muss ja dann. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Ist das echt so? Hm. Na gut, wir gucken uns jetzt erstmal das letzte Grab an. Ich hoffe vielleicht, dass wir da nochmal ein bisschen Glück haben. Und irgendwas Schönes bekommen. Wahrscheinlich nicht. So, bis jetzt hat man nämlich null Glück. Also wir haben ein Skuldie-Symbol bekommen. Wow. Ah, shit. Open. Open the grave. Let's go. Aber halt ein Hoffnungsschimmer von mir, sage ich mal. Wir haben noch mehr zu tun mit Majora's Mask. So ist es nicht. Aber das sind auf jeden Fall auch Punkte, die wir mal abarbeiten sollten. Okay, also wir haben hier dasselbe. Wie eh und je. Piece of Heart nehme ich mit für Majora's Mask. Aber jetzt auch nicht sowas, was ich mir vorgestellt habe. Ja, und ein grün Rubin auch wieder nicht. Ja gut, dann sind die drei Eingänge auf jeden Fall schon mal abgehakt und komplett useless. Schade eigentlich. Ich hatte mir was Schöneres vorgestellt. Ja, und jetzt ist es halt irgendwie komisch, dass ich bei Boris halt nicht reinkomme, ne? Beziehungsweise, dass Boris nicht mehr da ist. Muss man das echt in den letzten fünf Minuten machen? Ich bin gerade komplett verwirrt. Und was bringt das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen wieder rein. Wir porten uns wieder zurück nach Ocarina of Time. Vorerst. Ähm. Genau. Ba-ba-bam. Da-da-dim. Ähm. Wir können mal ausprobieren, ob wir uns vielleicht erwachsen machen können. Ob das was bringen würde, wenn ich den Song of Time vor der Zitadelle oder in der Zitadelle der Zeit spiele? Ich glaube aber nicht. Dann wären doch die Steine komplett useless. Und ich habe halt auch nicht die Ocarina of Time. Normalerweise sind das die Kernbedingungen, sage ich mal. Die drei Steine zu haben und die Ocarina of Time zu haben. Damit man das Lied spielen kann. Oder damit das Tor sich öffnet, sage ich mal. Aber wir probieren es gerne mal aus. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Okay. Ansonsten habe ich aktuell auch in Ocarina of Time nicht großartig weitere Ideen. Wir sind glaube ich aktuell wirklich so ein bisschen in Majora's Mask angekommen. Ähm. Bedeutet für mich, ich werde auf jeden Fall in Majora's Mask nochmal den, äh. Den Fuchs heraufbeschwören. Da habe ich mir mal so ein bisschen die, ja, die Zahlenfragen rausgeschrieben. Also diese Fragen von wegen. Warte mal, hier mache ich erstmal kurz Tag. Äh. Wie viele Kühe gibt es auf der London Farm? Und wie viele, oder Romani Ranch. Wie viele Kuhstatuen gibt es in Unruhstadt? Sowas habe ich mir mal rausgeschrieben. Damit, ähm, ja. Wir da mal vorankommen. Und ich, äh, frage mich halt auch, ob es dieses Rätsel zweimal zu lösen gilt. Oder ob einmal reichen würde. Ne, weil es gibt ja zwei Stellen, wo diese Büsche auftauchen. Wird kein Rubin bekommen. Äh, traurig. Okay. Es geht weiter. Wir gehen mal zur Zitadelle der Zeit. Das müsste doch die Zitadelle der Zeit sein, oder? Die habe ich doch schon gefunden. Ihr habt immer in den Kommentaren geschrieben. Ich habe die noch nicht gefunden. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die hier standardmäßig geblieben ist. Und wir da reingegangen sind und gemerkt haben, ah, hier können wir ja gar nichts machen. Ich denke so. Jo. Und hier ein schönes Final Fantasy Lied hier. Liegen halt keine Steine. Äh. War ja komplett falsch und ich bin gerade voll heiser. Hä? Warte mal. Ja, ich bin auf den Songs immer wieder raus, ne? Total toll. Äh, Song of Time. D-d-d-d-d-d. A, rechts A, runter. Mal gucken. Wenn ihr recht habt, ist es natürlich saugeil. Dann kommen wir überall weiter, so ein bisschen. Tatsache. Und die Steine sind einfach da. Hey, dankeschön, Leute. Ich dachte, ich muss erst Bedingungen erfüllen, damit ich das Tor öffnen kann. Aber scheinbar ist die Kernbedingung Song of Time. Und ich kriege fünf Rubine. Auch nicht schlecht. Wofür eigentlich? Hm. Oh, seht mir cool aus. Guck dir das Schwert an. Oh. Und Zorra Saphir. Ja, das ändert natürlich einiges, ne? Wir haben jetzt den Bogen. Wir sind groß. Wir können, äh, besser neue Orte erreichen. Wir haben andere Skulltees. Wir haben andere Quests. Das ändert wieder einiges. Und? Gute Trainingscrown. Jawohl. Äh. Zack. Nummer drei. Okay. Boah. Wie cool ihr aussehen, Alter. Mit diesem Umhang. Und das Schwert. Das Schwert sieht auch mega gut aus. Jetzt ist wieder dieser Dolch. Äh. Genau. Und wir können jetzt halt Pfeile benutzen. Eispfeile auch. By the way. Wir können aber auch immer noch. Und wir können jetzt auch in den Feuertempel rein. Yo, Alter. So lässt es sich doch leben. Okay, Leute, Alter. Geil. Geil. Ich bin happy as fuck. Dankeschön. Danke für den guten Tipp. Achso, kann ich die Maske? Die Maske kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Oh, jetzt bin ich lame. Oder? Geht das? Ne, die Maske kann ich jetzt leider nicht mehr benutzen. Gar keine von denen. Ah, das ist schade. Naja, egal. Das bringt mich natürlich sehr, sehr, sehr weiter. Jetzt kann ich erstmal total weiter in Ocarina of Time spielen. Also richtig krass weiter. Da fallen mir jetzt auf Anhieb ein paar Sachen ein. Zum Beispiel kann ich ja jetzt einfach zu Garnons Schloss gehen. Und kann mir mal eine Skuldie holen. Ne? Das ist ja jetzt möglich. Genauso hängen ja überall anders jetzt teilweise Skuldies rum. Das ist natürlich jetzt mega. Ja, wir haben in Majora's Mask diese komischen Löcher abgesahnt. Haben gemerkt, da ist gar nichts drin. Also wirklich nothing. Also wirklich nothing. Das ist ja ein bisschen traurig. Aber ansonsten bin ich positiv überrascht. Also ja, sorry Leute. Ich war irgendwie voll der Meinung. Ich glaube, ich habe diese Mechanik auch noch nie ausgenutzt, oder? Dass man sofort das Tor öffnen kann. War mir irgendwie ein bisschen neu. Wir könnten uns jetzt Epona holen. Einerseits. Das könnten wir tun. Vielleicht haben wir Epona aber auch standardmäßig schon am Start. Ey, was ist denn jetzt hier eigentlich drin? Okay. Kann ich jetzt auch als Erwachsener spielen. Fabelhaft. Das ist schon wieder strange. Ja, eine Flasche habe ich ja immer noch nicht. Items. Zack. Zack. Pumoran kann ich jetzt auch benutzen. Habe ich gerade gesehen. Auch richtig interessant. Warte mal. Ähm. Mal gucken, ob Epona einfach angeritten kommt. Oder ob ich das machen muss. Kann man ja auch einstellen, glaube ich. Epona scheint unsichtbar zu sein. Was zur Hölle? Was geht denn da ab? Okay, Leute. Was machen wir in unserer ersten Tat als, äh, Link. Als Erwachsener Link. Als Erwachsenen Saria. Ähm. Wir könnten im Wald Tempel weitermachen. Da hingen wir fest an dem Ort, wo wir den Stein haben. Wo wir den Stein hochklettern müssen. Aber. Muss ich halt jetzt auch dazu sagen. Ich mache jetzt hier erstmal Tag. Ähm. Wir haben halt nur zwei Schlüssel. Ne? Dance of Death. Das ist ein neues Lied, ja, ne? Ich denke so. Okay, wir haben jetzt auch teilweise neue Gebäude, die wir betreten können. Hm. Hier ist ja sowieso das Bogenschießen für einen Erwachsenen. Das können wir gleich mal machen. Da haben wir das gleich abgeschlossen. Äh. Natürlich. Shit. Okay. Das war schon mal blöd. Gott. War ja komplett fail. Aber ich kriege nochmal einen, ne? Ja. So. 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 Sollte auf jeden Fall in der Mitte stehen bleiben. So. Ach. Kacke. Warum bin ich heute so schlecht? Okay. Jetzt muss ich bezahlen, ne? Okay, Leute. Jetzt aber. Ähm. Konzentration. Ja. 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 Und der letzte ist easy. Okay. Perfekt. Was kriegt man? Äh. Aber wir haben schon elf Stück. Das ist, äh. Geht voran langsam. Okay, Leute. Alter. Ich bin ja mega gehypt. Ähm. Ich glaube aber, der Part ist jetzt auch zu Ende. Weil ich habe jetzt ziemlich viel geschnitten. Und wir sollten jetzt mittlerweile am Ende angekommen sein. Ähm. Ja, uns steht auf jeden Fall die Welt jetzt wieder ganz neu offen. Also, ihr habt mir da wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Ähm. Hätte ich jetzt gar nicht versucht, glaube ich. Hätte ich null versucht. Vielen Dank dafür. Ähm. Wir sehen uns dann wieder in einer neuen Folge von Ocarina of Time. Und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht dann, ja, als Erwachsener weiter. Oder als Erwachsene. Und, äh. Ich bin mal gespannt, was wir dann hier so erleben werden. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelt der Junge. Tschüssi.